Hey Leute, ich bin's, eure Luna. Nein, Spaß Leute, ich bin's. Wir sind jetzt gerade hier bei meinem Shooting und zwar darf ich leider noch nicht verraten, worum es gerade geht, aber ich kann euch verraten, dass es richtig viel Spaß macht und dass es richtig geil ist und dass Olli super Arbeit leistet und auch der Robb hinter der Kamera den grüßen wir alle. Und die Melanie hat mich jetzt auch hier so cool gestylt. Wollt ihr mal gucken. Voll Sex. Und das macht richtig, richtig viel Spaß. Ehrlich, ich kann euch nur sagen, falls ihr Models werden wollt, dann versucht es denn. Das ist echt. Guckt mal bitte. Wir können jetzt gerade bei einem anderen Shooting mitgucken. Also Backstage dabei sein. Und wie ihr sehen könnt, es gibt diese zwei Wände. Ich glaube, die müssen das Ganze so ein bisschen verdunkeln. Keine Ahnung, wo sie die sind, egal. Das sind Pferdeboxen. Das sind Pferdeboxen. Danke dir. Und ja, ich durfte gerade mit einer rosa Leinwand, Babyrosa sogar, mein favorite color, shooten. Und das sieht echt. Also, nein, wir haben heute so Street-Style, Lollipop, Girly Bilder gemacht. Also eher so in das Mädchenhaft, aber ja, in Street-Style, so cooler, so. You know? Und ja, ich zeig euch jetzt einfach mal, wo man hier geschminkt wird. Das ist richtig krass. Die Melanie hat so viel Schminke. So viel Schminke muss jetzt ich noch nicht mal. Why not, ne? Also Leute, ich will euch mal kurz jetzt ein bisschen von dem Ganzen erzählen, wieso ich hier bin, was ich gerade hier mache. Und zwar sind wir gerade mit Matthias und Oliver. Das sind, ja, zwei Produzenten sozusagen. Ja, könnte man sagen, nicht sozusagen. Sie sind's. Wir haben auf jeden Fall Songs geschrieben. Und daran arbeiten wir momentan. Und wir haben jetzt auch schon richtig viel produziert. Und ich bin richtig gespannt auf das Endergebnis. Und das sind wir irgendwie alle. Und dafür arbeiten wir jetzt gerade alle. Aber mehr darf ich euch leider nicht erzählen. Ihr müsst auf jeden Fall immer dabei sein. Und wir nehmen euch auch immer mit. Und...